Wird vom Lernen und Lehren mit Medien gesprochen, egal ob analog oder digital, so fällt nicht selten das Wort mehr wert. Die Frage nach der Effizienz, dem Sinn und dem Nutzen von Medien wird dabei oftmals gestellt. Der Kontext könnte folgendermaßen lauten. Digitale Medien müssen sinnvoll in den Unterricht integriert werden, um ihren Mehrwert entfalten zu können. Oder auch, digitale Medien ohne passende Methoden haben keinen Mehrwert. Was nun aber ist der Mehrwert eines Mediums und lässt sich überhaupt von Mehrwert sprechen? Fakt ist, die Wirkung von Medien wurde schon immer diskutiert. So wurde im 18. Jahrhundert mit zunehmendem Buchdruck und einer Entwicklung zur extensiven Lektüre, die Bibel war nicht mehr einziges Werk, das gelesen wurde, von einer Lesesucht gesprochen. Krankheitsbilder wurden heraufbeschworen, mögliche Lösungen gesucht, Verbote angedacht und ausgesprochen. Mit der Leitmedientransformation, wie Gerhard Brandhofer die aktuelle Situation bezeichnet, in der neben dem gedruckten Buch als Leitmedium auch digitale Artefakte wie E-Books, Videos oder das Smartphone mit all seinen Möglichkeiten an Wichtigkeit gewinnen, wird aber vermehrt die Sinnfrage des Medieneinsatzes gestellt. Das Buch wird dabei selten infrage gestellt, digitalen Medien aber wird ein Mehrwert unterlegt, beziehungsweise wird deren Legitimation im Unterricht gesucht. Dass der Begriff Mehrwert im Zusammenhang mit dem Lernen und Lehren ein schwieriger ist, haben Gerhard Brandhofer und Axel Kromer deutlich gezeigt. Dass digitalen Medien oftmals eine heilende Wirkung zugesprochen wird, zeigt die von Michael Keres angesprochene Treatment-Hypothese. Solange lehrende Medien, egal ob analog oder digital, dazu nutzen, das Prinzip des Nürnberger Trichters zu verfolgen, haben Medien keinen eigenen Wert. Sie sind nur Träger von Daten und Informationen. Der Nürnberger Trichter ist Sinnbild für einen Ansatz, dass es möglich ist, auf beinahe mechanische Weise zu lernen, beinahe ohne Aufwand und Anstrengung. Man bekommt die Inhalte, die Fakten also sozusagen eingetrichtert. Daraus abgeleitet wurde die sogenannte Nürnberger Trichter Didaktik. Vor ihrem Hintergrund ist klar, dass alle Menschen gleich lernen und vor allem alle Menschen alles lernen können. Die Inhalte werden dabei Lehrenden zentriert, also von der Lehrperson an die Lernenden weitergegeben, also vermittelt. Lernen findet als Konsumieren von Inhalten statt. Ähnliches gilt für den programmierten Unterricht und der Schulfernsehen. Inhalte werden aufgenommen und reproduziert oder wie im programmierten Unterricht, bei dem die Lernenden mit speziellen Programmen quasi selbstständig lernen und dabei über vorgegebene Lernpfade schreiten. Das Individuelle, das Selbstgesteuerte und Selbstorganisierte fehlt traditionellen Wegen. Heute wird von konstruktivistischen und konnektivistischen Lernwegen gesprochen, in denen keine starren Ziele vorhanden sind, sondern zum einen Kompetenzen und auch die Fachkompetenz ist eine Kompetenz, trainiert werden und zum anderen das selbstständige und gemeinsame Arbeiten im Vordergrund stehen. Vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, in der Live-Long-Learning nicht nur Schlagwort, sondern Notwendigkeit ist, sind diese neuen Lernwege wichtig. In diesen Feldern können digitale Medien ihre Wirkung erzielen, sowohl im Hinblick auf die Effizienz als auch die Effektivität. Das Medium ist nicht nur Träger von Informationen, sondern bietet Möglichkeiten der Kollaboration und Kommunikation. Ein Beispiel hierzu. Im Sprachunterricht war es früher schwierig, authentisches Material wie zum Beispiel aktuelle Zeitschriften zur Verfügung zu haben. Dies gilt für die Lehrperson, aber noch viel mehr für die Lernenden. Der Kontakt zu Natives war schwierig und meist schriftbasiert, also über Brieffreundschaften. Weiterhelfen uns soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram, ebenso wie Skype oder Messenger-Dienste wie WhatsApp dabei, in die Welt der Zielsprache eintauchen zu können und das auf multimediale und multimodale Weise. Hören, sprechen, schreiben, lesen. Die vier Grundkompetenzen können jederzeit trainiert werden. Auch eine Wirkung der digitalen Medien und zwar solcher, die zur Lebenswelt der Jugendlichen gehören und bei deren schulischer Nutzung sie auch die private Nutzung optimieren können. Über Blogs, Wikis und die einfache Möglichkeit, Videos auf YouTube oder Instagram zu veröffentlichen, können nicht nur Inhalte konsumiert, sondern auch produziert und distribuiert werden. Das Prosumer-Modell entwickelt sich. Lernende sind nicht nur konsumierende von Inhalten, sondern ihrerseits produzierende von Inhalten. Wichtig ist dabei jedoch mit den Medien selbst, Stichwort Urheberrecht, Datenschutz und der Vielfalt und Beschaffenheit der in ihnen vermittelten Inhalte, Stichwort Cybermobbing, Fake News und Filterblase, umgehen zu lernen.